Microsoft Teams wird immer beliebter. Dessen Sprachkommunikation ist ein wesentlicher Teil des Angebots. Parallel dazu verlagern IT-Manager ihre Ressourcen und Arbeitslasten auf Microsoft Azure. Erwägen Sie den Einsatz von Microsoft Teams? Müssen Sie Microsoft Teams an Zip-Trunks anschließen und dabei die Direct Booting-Typologie nutzen? Erforschen Sie Ihre Optionen in Azure? Wenn Sie Ihre Reise zu Microsoft Teams und Azure planen, müssen Sie die verschiedenen Optionen für den Einsatz eines Session Border Controllers auf Microsoft Azure prüfen. Denken Sie daran, dass nicht alle Software-SPCs den Wert der Cloud zur Geltung bringen. Es gibt drei Schlüsselaspekte zu berücksichtigen. Skalierbarkeit, Elastizität und Verfügbarkeit. Die Echtzeitkommunikation stellt eine Herausforderung für Public Cloud-Netzwerke dar, da diese eine hohe Rate kleiner Pakete aufweisen. Die bandbreiten Richtlinien von Cloud-Netzwerken bedeuten, dass übermäßig viele VWMs eingesetzt werden müssen, um den Anstieg des Datenverkehrs zu bewältigen. Andere Anbieter, deren SPCs auf einer einzigen virtuellen Maschine aufbauen, können keine kosteneffiziente Skalierbarkeit bieten. Die SPCs von Audi Codes wurden mit einer Mikroservice-Architektur entwickelt und können eine echte Cloud-Skalierbarkeit erreichen, um selbst die größten Serviceanforderungen zu erfüllen. Kosteneffektivität entsteht dadurch, dass Sie nur das nutzen, was Sie auch benötigen. Im Gegensatz zu anderen SPCs, die eine konstante Menge an Cloud-Ressourcen verbrauchen, ist der Audi Codes SPC mit einer elastischen Mikroservice-Architektur ausgestattet, die Cloud-Ressourcen auf der Grundlage der Verkehrsanforderungen hinzufügt und entfernt. Das bedeutet, dass Sie in ruhigen Zeiten weniger zahlen, während Sie gleichzeitig in der Lage sind, Spitzenlasten zu bewältigen. Die Kommunikation ist ein geschäftskritischer Teil Ihres Unternehmens, da sie die Erwartungen von Mitarbeitern, Kunden und Partnern erfüllt. Traditionelle SPCs verwenden Active- oder Standby-Paare, um den Service im Fall eines Ausfalls aufrechtzuerhalten. Dies ist jedoch in öffentlichen Clouds aufgrund der langen Netzwerk-Wiederherstellungszeit nicht effektiv. Im Gegensatz zu anderen Lösungen leitet der Audi Codes Microservice-basierte SPC laufende Anrufe dynamisch an freie VWMs um, ohne dass es zu einer merklichen Unterbrechung des Dienstes kommt. Dies bedeutet nicht nur, dass die strengsten Anforderungen an die Service-Kontinuität erfüllt werden müssen, sondern zeitgleich auch eine kosteneffiziente Ausfallssicherheit von Cloud-Diensten geboten werden. Audi Codes Medians.we ist der einzige in Azure verfügbare alternative Cloud-SPC, der eine unübertroffene Skalierbarkeit, kosteneffektive Elastizität und Service-Kontinuität bietet, wie sie von Unternehmen und Service-Providern weltweit gefordert wird.